Frau Beer, es ist paradox. Sie verweigern hier jegliche Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion, mit der AfD Nordrhein-Westfalen auf Basis von Verdachtsfällen einzelner Gruppen, auf Basis von Prüffällen einzelner Bereiche. Aber sie halten den Dialog mit Islamverbänden, wo es nicht mehr um Verdacht und Prüffall, sondern um Beobachtungsfälle geht, für legitim. Mein Problem ist nicht der Verband. Sprechen Sie doch bitte mit den einzelnen Organisationen, mit den einzelnen Unterorganisationen. Aber wenn Sie mit dem Verband sprechen, sprechen Sie auch mit Islamic Relief. Und so schön der Volker Beck das alles gemacht hat, Cem Özdemir steht immer noch auf der Unterstützerliste von Islamic Relief. Vielen Dank, Frau Walger-Demolzky.